Ela K. liest für Euch Harry Potter Fan Fictions. Viel Spaß! Fall 3 Verletzte Gefühle Teil 2 London, Borgin & Burks Albus hatte Recht behalten. Bei den Verhafteten zu Hause hatten sie die gestohlenen Sachen des heutigen Abends nicht gefunden. Stattdessen aber einen kleinen silbernen Anhänger und eine goldene Kette, die vor zwei Wochen als gestohlen gemeldet wurden. Es war zwar nicht viel, hatte aber ausgereicht, um die Frau unter Druck zu setzen. Ihrer Aussage nach hatten sie und ihr Partner sich auf eine Anzeige hingemeldet, die bei Borgin & Burks aushing. Was genau zu tun war, hatte nicht darin gestanden, aber die Bezahlung sollte außerordentlich gut sein. Wie es sich herausgestellt hatte, ging es um kreative Fingerfertigkeiten. Sie wurden genauestens instruiert. Keines der gestohlenen Gegenstände durften sie behalten. Alles sollte durch die Beutel verschwinden. Ihre Bezahlung kam jeden Montag pünktlich um 18 Uhr ebenfalls durch die Beutel bei ihnen an. Hätte die Frau die wenigen Schmuckstücke nicht behalten, hätten Harry und Draco keine einzige Spur gehabt. Erschöpft sah sich Draco im Laden um. Harry diskutierte mit Mr. Borgin. Nein, es ist mir völlig gleich, was Sie behaupten. Wenn durch Ihren Laden kriminelle Handlungen vermittelt wurden, habe ich sehr wohl das Recht, sie in Gewahrsam zu nehmen. Dem können Sie nur entgehen, wenn Sie im vollen Umfang kooperieren. Ist das klar? Scheren Sie sich fort, zischte Borgin mit funkelnden Augen, und kommen Sie mit einem Durchsuchungsbeschluss wieder. Sie haben für Ihre lächerlichen Behauptungen keine Beweise, und ich muss Ihnen deshalb gar nichts zeigen. Schnell machte Draco ein paar Schritte zur Seite. Jetzt konnte Borgin ihn nicht mehr sehen. Auf leisen Sohlen ging er tiefer in den Laden hinein. Über die Jahre war die Zeit hier praktisch stehen geblieben. Alles sah noch fast genauso aus wie zu seiner Jugendzeit. Natürlich hatten Objekte ihre Besitzer gewechselt, aber die Räumlichkeiten waren noch dieselben. Wo hatte Borgin diese Wand der Gefälligkeiten noch mal? Ach ja, genau. Er musste links um die Ecke und dann den Flur entlang. Weil er sich jetzt schon in einer Grauzone bewegte, beeilte er sich lieber. Immerhin hatte Borgin Harry gerade des Ladens verwiesen. Natürlich hatte er es nicht so explizit zu Draco gesagt, aber vermutlich so gemeint. Andererseits befand er sich nicht in Privaträumen und konnte sich so mit vor Gericht damit herausreden. Er hätte den Rauswurf nicht auf sich bezogen. Natürlich war das dünn, aber Borgin hatte es nun mal nicht genauer formuliert. Trotzdem beeilte er sich. Da war sie ja. Gerade wollte er die wenigen Schritte in den versteckten Flur machen, als zwei Personen aus ihm heraustraten. Erschrocken starrten sich alle an. Woher kannte Draco sie nur? Seine Augen wanderten zu einem der jungen Männer, der gerade etwas hinter seinem Rücken versteckte. Moment mal. Er betrachtete den Mann genauer. Skorpius? Der Rothaarige verzog das Gesicht. Wie machst du das nur? Ich habe diesmal sogar Zauber verwendet. Psst! zischte der biedere Schwarzhaarige mit dem Kurzhaarschnitt. Konnte das wirklich Elvis sein? Was macht ihr hier? zischte Draco zurück. Habe ich nicht gesagt, ihr sollt euch raushalten. Wir haben was gefunden, triumphierte Elvis. Sein Sohn rollte mit den Augen. Leute, wir müssen raus. Hört ihr es nicht? Sie sprechen nicht mehr. Komm, Elvis. Er drängte sich an Draco vorbei und zog Elvis mit sich. Perplex starrte Draco ihnen hinterher. Schritte näherten sich einen Gang weiter. Hallo, Mr. Malfoy, wo stecken Sie denn? Eilig drehte er sich um, machte ein paar Schritte in den hinteren Ausstellungsraum hinein und blieb vor einem Schaukasten stehen. Da sind sie ja, herrschte Borgin ihn an. Draco bekam fast einen Herzinfarkt. Er hatte noch nicht mit ihm gerechnet, hatte kaum Zeit zum Durchatmen gehabt. Verschwinden Sie, na los! Der kleine Mann deutete mit zitterndem Finger zum anderen Raum hinüber. Wie Sie wünschen, auf Wiedersehen! Entgegnete Draco äußerlich gelassen und ging gemessenen Schritts an ihm vorbei. Das erzürnte Gemurmel des Besitzers ignorierte er. Wenn er eines in seiner Kindheit und Jugend gelernt hatte, dann sich niemals seine Emotionen anmerken zu lassen. Auch auf der Straße blickte er sich nicht um, sondern hoffte, auf Harry und ihre Söhne zu stoßen, wenn er zur Winkelgasse ging. Tatsächlich erblickte er sie direkt beim Eingang zur Nocturngasse, wo sie in ein lebhaftes Gespräch vertieft waren. Vermutlich las Harry ihnen gerade die Leviten. Das geschah ihnen recht. Trotzdem war er auch stolz auf sie. Sie hatten einen guten Spürsinn, wie auch immer sie darauf gestoßen waren. Hey, wurde er angesprochen, kaum dass er neben ihnen stand. Unmöglich, die zwei, oder? Immer noch etwas außer Atem nickte Draco. Hast du ihnen schon den Kopf zurechtgerückt? Harry nickte grimmig. Wir können euch hören, wisst ihr das? Brummte Elvis und zog einen Schmollmund. Immerhin haben wir euch die Anzeige mitgebracht, ist das nichts? Draco drehte sich zu ihm um. Das Ganze ist gerade noch mal gut ausgegangen, weil Harry und ich zufällig zur selben Zeit da waren. Ansonsten können wir die Anzeige nicht bei der Anklage verwenden. Wo ist sie? Suchend blickte er von Elvis zu Harry. Sein Partner zückte ein unscheinbares Blatt Papier mit folgendem Text. Zwei Personen, leichte Arbeit, sehr gute Bezahlung. Kreativität und Geschicklichkeit Voraussetzung. Skeptisch schob Draco eine Augenbraue. Ich weiß nicht, das könnte alles Mögliche bedeuten. Gibt es da noch andere Anzeigen? Nein, Dad, mischte sich jetzt sein Sohn ins Gespräch ein. Die roten Haare störten Draco extrem. Warum musste Scorp in letzter Zeit ständig die Haarfarbe wechseln? Wir haben uns ganz diskret nach diesem Job umgehört. Einer unserer Kontakte sagte, es müsse sich um diese Anzeige handeln. Genau. Elvis fasste Scorpius an der Schulter. Wir haben die Anzeigen mehrmals durchgelesen. Sie ist die einzige, die passt. Kontakte? hob Draco eine Augenbraue. Wie kommt ihr an solche Kontakte? Das gefällt mir gar nicht. Harry? Er wandte sich seinem Partner zu und wollte gerade weitersprechen, als er unterbrochen wurde. Alles gut, Draco. Er ist der Bekannte eines Kumpels eines Kumpels, okay? Also kein Stress. Er war leichtsinnig und überschätzte sich manchmal. Sagte er wirklich die Wahrheit? Eine halbe Minute später brach er den Blickkontakt ab. Anscheinend stimmte es. Na gut, durchbrach Harry die Stille. Ihr geht jetzt nach Hause. Und diesmal bleibt ihr auch dort. Verstanden? Beim nächsten Mal, wenn ihr euch einmischt, verdonnere ich euch zu Strafarbeiten im Ministerium. Hey! beschwerte sich Elvis sofort. Das kannst du nicht machen. Das ist Machtmissbrauch. Gleichmütig zuckte Harry die Schultern. Wäre dir eine Verhaftung wegen Behinderung der Justiz lieber? Schon gut, schon gut, hob Scorpius die Hand. Wir haben verstanden. Bis bald. Er griff nach Elvis' Hand und zog ihn mit sich. Gedanken verloren sah Draco hinter ihnen her. Heute Abend, 19 Uhr im Eberkopf. Tragen Sie braune Roben und verhüllen Sie Ihre Gesichter. Bestellen Sie Kesselkuchen und Met. Ich komme auf Sie zu. Sagte Harry plötzlich. Wie bitte? Verwirrt drehte sich Draco zu ihm. Sein Partner deutete auf das Blatt Papier. Der Text hatte sich verändert. Es funktioniert tatsächlich so, wie unsere Verdächtige sagte. Du hast mit dem Zauberstab siebenmal dagegen getippt. Der andere starrte auf die Worte hinab, schien aber in Gedanken. Kesselkuchen? Es gibt dort gar kein Kesselkuchen. Nachdenklich runzelte Draco die Stirn. Wird wohl das Erkennungszeichen sein? Harry kohte auf seiner Unterlippe herum und nickte schließlich. Ja, hast wohl recht. Mit mehr Elan fuhr er fort. Also dann, wir brauchen eine neue Verteidigung. Die braunen Kapuzen tief in ihre Gesichter gezogen, betraten sie den Schankraum. Die Kneipe war mäßig gefüllt. Ziemlich normal für diese Uhrzeit an einem Dienstag. Harry steuerte einen Tisch in der Ecke an. Schweigend folgte Draco ihm. Auf dem Weg hierher hatten sie kaum ein Wort gewechselt. Dabei hatte Draco so viel zu sagen, doch der Moment schien nicht gerade passend. Er musste an ihr Gespräch im Herrenhaus, auch an den so anregenden Tanz im Black Prince denken. Wie sehr er sich doch wünschte, sie könnten alles ins Lot bringen. Vielleicht ja nach der Verhaftung heute? Aber Force kam auf sie zu. Guten Abend, was kann ich Ihnen bringen? Zwei Mehl und Kesselkuchen bitte, sagte Harry laut. Natürlich hatte er seine Stimme verzaubert. Sie klang tiefer, melodischer. Wie Sie wünschen, entgegnete er Befors umgleich darauf ein. Wie bitte Kesselkuchen? Hinzuzufügen. Bei mir gibt es keinen Kesselkuchen. Tatsächlich, sagte Harry. Da muss ich etwas missverstanden haben. Dann nur den Mehl, danke. Der alte Zauberer brummte etwas Unverständliches und verschwand. Schade, meinte Draco für den Fall, dass jemand von den umliegenden Tischen zuhörte. Hätte gerne Kesselkuchen gegessen. Kann man nichts machen. Wir können es ja später nachholen, ging Harry darauf ein. Sie warteten. Nichts geschah. Kurze Zeit später näherte sich der Wirt wieder und stellte die Flaschen mit vor ihnen ab. Danke, meinte Harry. Aberfors verschwand. Sie warteten. Taten so, als würden sie trinken. Unauffällig schob Draco seinen Ärmel hoch und sah auf die Uhr. 19.20 Uhr. Ihr Auftraggeber ließ sich Zeit. Etwas Kesselkuchen gefällig? Eine schmale Gestalt setzte sich zu ihnen an den Tisch. Eine Frau oder ein kleiner, sehr schlanker Mann, vermutete Draco. Die Gestalt war in eine schmuddelige, dunkelgraue Robe gehüllt und trug einen Schleier vor dem Gesicht. Eine Dose wurde vor ihnen abgestellt. Sie kommen wegen der Anzeige, fuhr die Person leiser fort. Ja, bestätigte Draco das Offensichtliche. Was genau erwarten Sie von uns? Das sage ich ihnen, wenn ich überzeugt bin, dass sie die Richtigen für diesen Job sind. Was machen Sie beruflich? verfiel ihr Gegenüber in einen Plauderton. Draco sah zu Harry hinüber, zögerte sichtbar. Also, wenn Sie mich fragen. Er umklammerte seine Flasche fester. Wir befinden uns sozusagen in einer Übergangsphase. Richtig, fiel nun Harry ein. Sie hatten die Geschichte ein paar Mal im Ministerium geübt. Wir mussten uns von unserem letzten Arbeitgeber wegen unüberbrückbarer Differenzen trennen. Er fand uns etwas übergriffig, und wir fanden, wir sollten für unsere Arbeit bezahlt werden. Seine Knöchel knackten. Innerlich musste Draco grinsen. Es war zu köstlich, wie Harry in dieser Rolle aufging. Enten, sagte er scharf, sagte er scharf und trat den anderen unter dem Tisch. Das interessiert Mr., Mrs. Er warf der Gestalt einen fragenden Blick zu. Nennen Sie mich Layla. Erneut sah er zu Harry hinüber. Das interessiert Layla doch nicht. Sie will bestimmt mehr über unsere Arbeit hören. Sie wurden nun genau gemustert. Draco versuchte, ruhig zu bleiben. Hatten Sie übertrieben? Würde Layla Sie als zu ungeschickt einstufen. Wenn Sie zu intelligent rüberkamen, hätten Sie sicher auch keine Chance. Waren Sie andererseits zu dumm, würden Sie theoretisch schneller verhaftet werden. Dann verlöre Sie ein paar dieser wertvollen Verschwindebeutel. Wie seid Ihr eigentlich auf diese Stelle aufmerksam geworden? fragte sie nun. Wir holen uns bei Borgin öfter Aufträge ab, entgegnete Harry. Öfter? Sie schien aufzuhorchen. Ihr hattet dabei nie Schwierigkeiten mit dem Gesetz? Ein kaltes Grinsen überzog Dracos Gesicht. Mit dem Gesetz? Selbstverständlich nicht, wir sind ja keine Amateure. Außerdem haben wir für den Notfall ein paar schöne Zauberauflager. Ach, ist das so? Sie beugte sich vor. Das interessiert mich. Erzählt. Obwohl sie eindeutig angebissen hatte, war sie vorsichtig. Es dauerte noch eine Weile, bis sie Ihnen von ihrem Arbeitsauftrag erzählte. Nur mittwochs und freitags, nicht vergessen. Und merkt euch, wie ihr ausgesehen habt. Und merkt euch, wie ihr ausgesehen habt. Ihr dürft nicht zweimal hintereinander in derselben Gestalt hingehen. Verstanden, nickte Harry. Unauffällig ließ Draco seinen Met verschwinden und stand jetzt auf. Hole noch was zu trinken, wollt ihr auch? Nein, danke, winkte Layla ab. Ich werde gehen. Die Beutel kommen morgen um 18 Uhr bei euch an. Einen Moment noch, sagte Harry und packte ihren Arm. Sie gehen nirgendwo hin. Wir verhaften sie wegen Anstiftung zum Diebstahl in mehreren Fällen. Die Frau sprang auf, drehte sich um und prallte gegen Draco. Sein Partner, der Laylas Handgelenk weiter umklammert hielt, stöhnte. Er war durch ihre schnelle Reaktion gegen einen der Holzträger gestoßen. Blutete er etwa? Zum Glück reagierte Harry diesmal schneller und packte ihre beiden Handgelenke. Handschellen schnappten zu. Nachdem Draco ihn eingehend gemustert und keine größeren Verletzungen festgestellt hatte, betrachtete er Layla. Sie wandte sich in den Handschellen und fluchte. Neugierig trat Draco näher an sie heran, zog den Schleier von ihrem Gesicht. Ob er sie wohl kannte? Sie sah völlig unscheinbar aus. Warum sie Blaze das wohl angetan hatte? Wie heißen Sie? Ihre Miene wurde ausdruckslos. Sie blickte zur Seite. Gehen wir und befragen Sie im Ministerium, meinte Harry. Tschüss, Aberforth. Auf Wiedersehen, Harry, kam es resigniert zurück. Es war kein Geheimnis, dass der Wirt des Eberkopf nicht allzu begeistert von Harrys verdeckten Operationen war. Er hatte auf diese Weise schon ein paar Mal seine komplette Einrichtung zerlegt. Vermutlich war dies auch der Grund dafür, weshalb er sich trotz Harrys Verkleidung sicher war, diesen vor sich zu haben. Zwei Tische weiter erhoben sich zwei der Gäste und folgten ihnen. Habt ihr alles mitbekommen? fragte Harry draußen. Glas klar, grinste einer der zwei und hob den Daumen. Draco war sich nicht ganz sicher, weil auch die Kollegen in Verkleidung waren, aber er vermutete, dass es sich dabei um Matt handelte. Sehr gut, entgegnete Harry. Je mehr Zeugen, desto besser. Englisches Zaubereiministerium, Büro des Leiters der Aurorenzentrale Warte, hier steckt auch noch ein Splitter. Behutsam zupfte Draco an Harrys Gesicht herum. Der andere hielt still. Eigentlich wussten sie beide, dass Draco ihn mit einem Schwung seines Zauberstabs heilen konnte. Aber sein Freund protestierte nicht, und so behandelte er ihn auf Muggelart. In der Zeit nach dem Krieg hatte Draco einige Muggeldinge gelernt, so auch Erste Hilfe. Es war ein wählbarer Bestandteil seiner Bewährungsauflagen gewesen und ihm schon des öfteren zugute gekommen. Vor allem, wenn er mal wieder ohne Zauberstab dastand. Nachdem er alle Splitter entfernt hatte, inspizierte er Harrys Wange. Es floss kein Blut mehr, die Verletzungen waren nur geringfügig. Sanft strich er darüber. Draco, sagte der andere leise, den Blick weiterhin an ihm vorbei auf das Fenster gerichtet. Du willst dich doch nicht wirklich von mir trennen, oder? Er schluckte, drehte langsam den Kopf und sah ihn an. Ich könnte das nicht ertragen, weißt du, du bedeutest mir alles. Jetzt war es an Draco zu schlucken. Ich glaube dir, Harry, meinte er leise, aber ich kann trotzdem nicht so weitermachen. Die nächsten Worte kosteten ihn viel Überwindung, doch wenn er Harry verlor. Du tust mir weh, deine ständigen Absagen, dass du eigentlich bei mir wohnst und trotzdem so gut wie nie da bist. Wir schlafen kaum noch miteinander und etwas anderes machen wir noch seltener zusammen. Seine Augen bohrten sich in die anderen. Er versuchte, in ihnen zu lesen und hoffte so sehr, endlich eine Antwort auf seine Fragen zu erhalten. Er registrierte, wie sich Harrys Pupillen weiteten, anscheinend im Schock. Doch wieso? Hätte ihm das nicht klar sein müssen? Es tut mir leid, murmelte er. Ehrlich, das habe ich nicht gewollt. Behutsam legte er die Arme um Draco und lehnte den Kopf an dessen Brust. Manchmal wird mir alles so zu viel, dann muss ich einfach alleine sein. Ich weiß nicht, wie ich das alles schaffen soll, murmelte er so leise, dass Draco den letzten Satz fast überhört hatte. Es klopfte an der Tür. Widerwillig lösten sie sich voneinander, gerade jetzt, wo sich Harry ihm öffnete. Herein! Guten Abend, wurden sie von Blazebreit angegrinst. Was machen meine Lieblingsmänner Schönes? Darf ich mitmachen? Heute würdigte Draco ihm keine Antwort. Harrys Geständnis ging ihm nicht aus dem Kopf. Kennst du sie? überging Harry die Begrüßung. Sie hatten Sabine hergebeten, um die Frau zu identifizieren. Sie schwieg weiterhin beharrlich. Nope, schüttelte der Clubbesitzer den Kopf. Noch nie gesehen. Seid ihr sicher, dass sie hinter allem steckt? Sein Partner runzelte die Stirn. Relativ, ja, wieso fragst du? Wieso fragst du? Ihr Gast lehnte sich an einen der Schränke und legte die Füße übereinander. Wieso sollte eine x-beliebige Frau meinen Ruf ruinieren wollen? Ihr glaubt doch nicht etwa, dass sie auch hinter der Manipulation meines Entspannungsgenerators steckt. Wie sollte sie das geschafft haben? Entspannungs? Der Blonde brauchte etwas, bis er den Namen mit dem schwarzmagischen Objekt in Verbindung brachte, welches vor einigen Monaten für Unruhe im Black Prince gesorgt hatte. Meine safte Happy-Maschine? Ein bedeutungsvolles Wackeln mit den Augenbrauen. Du weißt schon, ihr habt sie vor ein paar Monaten entzaubert. Sein Partner richtete sich in seinem Sessel auf. Wenn wirklich sie hinter allem steckt, muss sie mächtig sauer auf dich sein. Kennst du sie echt nicht?« »Nein«, sagte der große Mann entschieden. »Glaubt ihr, ich würde euch anlügen?« Mit einem breiten Grinsen fügte er hinzu. »Du darfst mich aber gerne hauen. Ich stehe auf harte Verhörmethoden.« »Bliss«, fuhr Draco ihn an und trat ihm ärgerlich gegen das Bein. »Warum konnte er das nicht sein lassen?« »Au«, rief sein Gegenüber sofort. »Mehr, noch mehr, bitte!« Seine Augen funkelten vor Vergnügen. »Das reicht«, schnaubte Harry, doch es zuckte um seinen Mund. Gleich darauf wurde er wieder ernst. »Was, wenn sie viel Safttrank genommen hat, wäre nur logisch so als Sicherheit.« Draco seufzte. »Schön, wenn es nicht anders geht.« »Komm übermorgen wieder vorbei, Sabini. Bis dahin wird ein Vielsafttrank abgeklungen sein.« »Gute Idee«, nickte sein Partner. »Sie wird so oder so im Gefängnis bleiben, auch wenn sie keinen Ton sagt. Die Beweise sprechen für sich.« An Blays Gewand sagte er, »Du kannst also gehen. Draco und ich gehen jetzt ebenfalls nach Hause.« »Wie ihr meint«, zuckte der große Mann die Achseln. »War schön, euch zu sehen.« Ein letzter lastiver Blick, er schlenderte davon. Gedanken verloren blickte Draco ihm hinterher. »Wie schaffte der Mann es nur, immer und überall lässig zu wirken?« »Ist es in Ordnung, wenn wir heute nicht reden, sondern gleich schlafen gehen?«, fragte Harry plötzlich. Überrascht drehte sich Draco zu ihm um. Sein Freund wirkte mitgenommen. Bis gerade war ihm das gar nicht aufgefallen. Es war ihm nie in den Sinn gekommen, dass Harry ebenfalls eine Maske auflegen könnte und eine Rolle spielte. Er wirkte immer so durch und durch authentisch, somit sich im Reinen.« »Klar«, entgegnete er leise. London, Wohnung von Scorpius und Albus. Einen Tag später »Und die Frau hatte schon zwei Teams für die Diebstähle engagiert? Woher wisst ihr das, wenn sie doch nicht redet?«, wollte Albus wissen. »Ganz einfach, weil die Diebstähle weitergingen. Wir haben ein paar Praktikanten in den Einsatz geschickt. Sie haben uns gerufen, als sie das andere Team ausfindig gemacht haben.« Albus sah beleidigt aus und verschränkte die Arme vor der Brust. »Warum habt ihr nicht uns gerufen? Wir hätten gerne wieder geholfen, stimmt's, Gorb?« »Klar«, zuckte sein Sohn die Schultern und drückte auf den Joystick. Innerlich schmunzelnd betrachtete Draco den konzentrierten Gesichtsausdruck seines Sohnes. Er hätte sich früher nie träumen lassen, dass dieser sich so intensiv mit Muggeltechnologie beschäftigte. Der Junge war ziemlich gut in diesen Videospielen. »Das wissen wir doch«, entgegnete er nun und wandte seine Aufmerksamkeit erneut Albus zu. »Aber wir hatten die Praktikanten zur Verfügung. Warum sollten wir euch von eurem Studium abhalten?« Der große Mann schien über seine Worte nachzudenken. Plötzlich lachte er. »Na schön, was soll's. Hauptsache, ihr konntet alle Täter fassen!« Nun musste Draco lächeln. So anstrengend Albus manchmal sein konnte, er war immer für logische Argumente zugänglich und vergab genauso schnell, wie er sich über etwas aufregte. Charakterlich glich er damit so gar nicht seinen Geschwistern. Selbst seine Eltern hielten länger an einem Groll fest. »Schau mal«, riss Albus ihn aus seinen Überlegungen und hielt ihm ein kleines Ding hin. »Smartphone. Genau so hieß es.« »Das ist Lucy. Ist sie nicht der Hammer? Diese Anmut, die Kraft? Kannst du deinen Sohn nicht dazu überreden, sie bei uns einziehen zu lassen? Bitte, ich liebe sie!« Ein Joystick klirrte. Auf dem großen Bildschirm vor ihnen fuhr das Auto frontal gegen die Leitplanke. Eine Explosion ertönte. »Ist das dein Ernst? Du wirst niemand von außerhalb in diese Diskussion verwickeln. Albus Severus Potter!« »Dead«, wandte sich Scorpius jetzt an ihn. »Tut mir leid, es mag unhöflich sein, aber deine Meinung zählt in diesem Fall nicht. Ich muss jeden Tag mit ihr zusammenleben, nicht du. Und ich sage nein!« Das blasse Gesicht seines Sohnes war ganz rot geworden, die sonst so sanftmütigen Augen funkelten zornig. Draco hob unbehaglich die Schultern. »Du hast ihn gehört, Albus. Ich kann mich da nicht einmischen. Das geht nur euch etwas an.« Sein Sohn wurde merklich ruhiger, lediglich seine Augen funkelten noch immer. »Danke für dein Verständnis, Dad. Albus, wir haben das ausdrücklich besprochen. Auch andere Meinungen können nichts daran ändern.« Und wieder schmollte der Langhaarige. »Ich verlange eine Wiedergutmachung dafür. Das bricht mir das Herz.« Draco begann sich langsam etwas unwohl zu fühlen, vor allem als Scorpius lächelte, Albus einen Dummkopf nannte und ihn umarmte. Er wollte kein Zeuge von etwas sein, das nicht für seine Augen bestimmt war. »Ich sollte gehen.« »Was?« schreckte Albus auf. »Aber der Männerabend beginnt doch erst. James kommt auch noch und sogar Teddy.« Zögernd hielt Draco inne. Er war gerade dabei gewesen, sich zu erheben. Es war schon eine ganze Weile her, dass er seine Neffen gesehen hatte. »Nein«, meinte er schließlich und stand auf. »Heute nicht. Macht euch einen schönen Abend. Ich werde mal schauen, was Harry so treibt.« Er musste den beiden nicht auf die Nase binden, dass der andere am Arbeiten war und er alleine sein würde. »Gute Nacht.« Englisches Zaubereiministerium, Aurorenzentrale Am nächsten Nachmittag In seiner akkuraten Schrift schrieb Draco einige Anmerkungen auf seine Pergamentrolle, rückte sie beiseite und verglich sie mit einer anderen. Er war mit seinen Gedanken nicht ganz bei der Sache. Zum einen war da Harry, der es nach einer gemeinsamen Nacht, in der sie nur geschlafen hatten, fertig gebracht hatte, ihm die nächsten Tage gänzlich aus dem Weg zu gehen. Und dann war da noch Blaze, der in diesem Moment ein Gespräch mit Layla führte. Die Frau hatte bei ihrer Verhaftung tatsächlich einen Vielsafttrank eingenommen und sich vor ein paar Stunden zurückverwandelt. Wie sich herausstellte, handelte es sich um eine Ex von Sabini. Was er genau getan hatte, um sie so in Rage zu versetzen, hatten sie noch nicht herausbekommen. Weil sie weiterhin keine Aussage machte, hatte Harry die Idee gehabt, sie mit Blaze zu konfrontieren. Energisch setzte er zwei Ausrufezeichen hinter eine Anmerkung. Harry war eine ziemliche Geduldsprobe für ihn. Er hatte oftmals den Eindruck, einen Schritt vor und zwei zurückzumachen. Wenn er selbst nicht so schwierig wäre und den anderen nicht so lieben würde, hätte er diese Beziehung schon längst beendet. Er wusste ganz genau, dass Harry ihn nur aus einem Grund nicht bei der Befragung zuhören ließ. Er wollte ihm aus dem Weg gehen. Weil er die Feder etwas zu fest aufs Papier gedrückt hatte, breitete sich ein Tintenklecks drauf aus. »Verdammter Potter«, fluchte er leise und korrigierte das Malheur mit dem Zauberstab. Eine ungewöhnliche Gegenwart ließ ihn erstarren. Es war keiner der Auroren, der sich ihm da von hinten näherte. Erst als die Person fast bei ihm angekommen war, erkannte er sie. »Sabini, wer sonst?« »Hallo, hübscher! Hier arbeitest du also?« Langsam drehte sich Draco zu ihm um. »Was machst du hier? In der Aurorenzentrale hast du nichts zu suchen!« herrschte er ihn an. Er musste zugeben, dass er damit in erster Linie seinen Frust wegen Harry herausließ. Doch sein Kumpel war hart im Nehmen. Er lachte nur. »Hahaha! Potter hat mir erlaubt, dich zu sehen. Und Draco, du musst mir helfen!« bat er ihn gleich darauf mit einem Dattelblick. Draco seufzte genervt. »Nicht dein Ernst, was willst du jetzt?« »Könnt ihr Valeria nicht gehen lassen? Ich habe meine Anzeige zurückgezogen und übernehme die anfallenden Kosten.« »Wie bitte?« fragte Draco fassungslos. »Na ja,« spielte Blaze an einem seiner Lederarmbänder herum. »Die arme Frau hat ganz schön was mitgemacht mit mir. Ich habe sie mit ihrem Bruder betrogen, auf ihrem Küchentisch.« Er verzog reumütig das Gesicht. »Leider hatte ich keine Ahnung, dass sie mir ihre Eltern vorstellen wollte.« Sekundenlang starrte Draco ihn sprachlos an. Fast bereute er es, die Frau festgenommen zu haben. »Das ist abscheulich, Sabine«, sagte er schließlich kalt. »Selbst von dir hätte ich das nicht erwartet. Hast du überhaupt so was wie ein Herz?« Der Unterkiefer seines Gegenüber trat sichtbar hervor. Er senkte den Blick. Draco hob eine Augenbraue. Er konnte sich nicht daran erinnern, jemals so etwas wie echte Gefühle im Gesicht des Anderen gesehen zu haben. An der Sache musste mehr dran sein, als Sabine ihm erzählte. Er würde bei Gelegenheit nachfragen. Ein wenig wärmer fuhr er fort. »Selbst wenn du alle Geschädigten ausbezahlst, können wir sie nicht gehen lassen. Sie hat andere Menschen zu mehrfachem Diebstahl angestiftet und ein schwarzmagisches Objekt manipuliert, was viele deiner Kunden mit einem Gedächtnisverlust bezahlt haben. Wenn sie dafür nicht zur Verantwortung gezogen wird, welche Lehre wird sie daraus ziehen? Und was ist mit den Dieben? Sollen wir sie auch freilaufen lassen? Findest du das fair?« Der Andere ließ sich auf seinen Schreibtisch fallen. Leise sagte er, »Sie hat das alles nur getan, um mich zu verletzen, weil der Club mir alles bedeutet.« »Ja«, sagte Draco ruhig, musterte ihn. »Taten haben Konsequenzen, Blaze. Das müsstest du doch selbst wissen.« Die Augen auf seine Finger gerichtet, die mit einem Ring herumspielten, nickte Sabini. »Ich weiß.« Eine Weile sagte keiner etwas. Im Hintergrund gingen die Kollegen ihrer Arbeit nach. Anscheinend hatte niemand etwas von ihrer gedämpften Unterhaltung mitbekommen. »Und sie ist wirklich auch für die Verzauberung von deinem Gerät verantwortlich?« Blaze nickte schwer. »Sie ist mit meinem besten Kerkermeister liiert. Ich werde nie wieder einen so guten wie ihn finden. Hoffentlich ist das nicht das Ende von Black Prince.« Seufzend schüttelte Draco den Kopf. Dem anderen schien sein Club tatsächlich über alles zu gehen. »Der Kerkermeister, wie heißt er? Wir müssen ihn auch verhaften.« Wieder ein Seufzen. »Ich weiß, hab's schon Harry gesagt.« »Okay.« Aus irgendeinem Grund empfand er Mitleid mit seinem Freund. Was musste das für ein Leben sein, wenn einem ein Gebäude mehr bedeutete als jeder Mensch. Aber andererseits hatte er immer Menschen gehabt, die ihn geliebt hatten. Bei Sabiney war er sich dann nicht so sicher. London, Gasse vor dem Zaubereiministerium Bevor Harry apparieren konnte, hatte er dessen Robe ergriffen. Ein stummer Wettstreit ihrer Augen begann. Wer würde zuerst nachgeben? Nach einer Minute senkte Harry die Augen. »Ich verstehe, dass dir alles zu viel wird. Aber glaub mir, Harry, weglaufen ist keine Lösung,« beschwor ihn Draco. »Was auch immer dich bedrückt, wir müssen darüber reden. Erinnerst du dich noch? Du hast mir das früher oft genug gesagt.« »Oder meinst du, ich soll mit meinen Sorgen zu dir kommen, du aber behältst alles für dich? So funktioniert eine Beziehung nicht.« Der andere atmete laut aus. »Ja, na gut, ich gebe auf.« Langsam hob er den Kopf und sah Draco an. »Aber nicht bei dir zu Hause. Lass uns in mein Muggelhaus gehen.« Obwohl er die Bitte seltsam fand, ließ er sich nichts anmerken und nickte lediglich. Sie apparierten. Anmerkung der Autorin. »Und habt ihr geahnt, dass der Drahtzieher etwas mit Blays Liebesleben zu tun haben muss?« authorityә tatsam y personality bull war w a